Hallo Rosenheim, viele liebe Grüße aus Kanada. Es ist kaum zu glauben, dass es schon 40 Jahre her ist, seit wir die deutsche Meisterschaft in 1982 gewonnen haben. Die Spiele gegen Garmisch, Landshut und Mannheim waren sehr spannend, aber unsere Mannschaft hat super gespielt und am Ende konnten wir unsere erste deutsche Meisterschaft feiern. Leider kann ich heute Abend nicht bei euch sein im Rosenheimer Eistadion, aber ich denke oft an meine Zeit in Rosenheim und vermisse es sehr. Ich hoffe, dass die Stimmung heute Abend im Eistadion verrückt ist und ich wünsche euch viel Glück heute Abend gegen Hamburg. Ciao!